Wir sind ein Gerücht, nur erkennbar als flüchtiges Déjà-vu und ebenso schnell wieder vergessen. Wir sind das bestgehütete Geheimnis des Universums. Ich weiß, ich will rein. Sie haben die Erinnerung meiner Eltern gelöscht, aber nicht meine. Ich habe 20 Jahre gebraucht, um sie zu finden. Wie viele können das von sich behaupten? Ich habe sie gefunden. Das macht mich perfekt für den Job. Agent M, wir haben womöglich ein Problem. In London. Willkommen, M. Sie arbeiten zusammen mit Agent H. M.I.P., du Zirulianer, Abschaum. Und zur Info, dein kleiner Club hier ist scheiße. Kommen Sie, die Welt rettet sich nicht von selbst. Ich fahre. Das sollte wirklich hier sein. Nicht in diesem Land. Sollen wir? Ich dachte, wir wären schon da. Würdest du draufdrücken, Freddy? Alles klar, Edge. Was ist hier passiert? Was glaubst du, was passiert ist? Wir wurden vermöbelt. Entschuldige. Warte, bist du eine Königin? Das ist sie in der Tat. Ich schwöre euch, meine ewige Treue. Nein, nein, nein. Kein Interesse. Zu spät. Ich habe bereits meine Treue geschworen. Ich wünschte, du hättest vorher Nein, nein, nein gesagt. Eine Bedrohung wie den Schwarm gab es noch nie. Sie können jede beliebige Form annehmen. Das habe ich noch nie gesehen. Sogar wie unsere eigenen Agents. Haben wir einen Plan? Manchmal muss man seinem Gefühl vertrauen. Die Men in Black wurden kompromittiert. Vertrauen Sie niemandem. Wir beschützen die Erde. Und damit meine ich jeden und alles auf ihr. Ja, baby! Wir sind die Men in Black. Die Men and Women in Black. Ja, perfekt gemacht. Schlegst du vor, dass wir die mächtigste Waffe der Galaxie zum Spaß ausprobieren? Tu es. Drück auf den Knopf. Ein bisschen mehr. Ich-Dicke. Ja, quarrie. Was immer die mächtigstehalle. Ich mache Geld